Mein Name ist Tim Becker und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meiner Show. Raymond, kommt ihr mal kurz mit? Kommt mal mit! Ihr kriegt einen riesen Applaus, sonst ging es so einfach nach hier oben zu kommen. Annette einmal auf diese Seite bitte. Raymond einmal auf diese Seite. Bisschen näher an mich ran. So, Annette und Raymond haben mit mir eine Bauchrednernummer einstudiert. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten sie noch nichts davon. Das freut ihr euch? Wahnsinnig. Wo kommt ihr her? Och, ist das nicht so richtig. Man weiß das auch manchmal einfach nicht. Es ist auch nicht so einfach auf so einer Bühne zu stehen. Die Leute gucken einen alle an und ihr braucht aber keine Angst haben. Ich bin wirklich bei euch. Ihr braucht doch gar nicht viel machen. Das ist das Schöne. Denn wenn ich an deinem Handgelenk drücke, Annette, dann öffnest du den Mund und schließt ihn mal, wenn ich loslasse. Mach mal. Genau. Wenn ich mehrmals drücke, tust du so, als ob du reden würdest. Machst aber keine Geräusche dabei. Und wenn ich lange drücke, lässt du den Mund geöffnet und schließt ihn, wenn ich loslasse. Genau. Mehr musst du nicht machen, Annette. Raymond auch mal. Ja, das war ein zeitverzögertes Playback jetzt gerade. Wir üben ja noch. Genau. Perfekt. Wenn ich mehrmals drücke, tust du so, als ob du reden würdest. Machst aber keine Geräusche dabei. Wenn ich lange drücke, lässt du den Mund geöffnet und schließt ihn, wenn ich loslasse. Mehr musst du nicht machen. Einfach nur nach vorne gucken. Schön dastehen. Mund auf und zu. So. Jetzt bekommt die Annette eine Stimme von mir. Sie übernimmt den weiblichen Teil dieser Show. Deswegen bekommt sie auch eine weibliche Stimme. Nicht wahr? Ja. Annette, wir wollen die Leute unterhalten. Was könnten wir denn machen? Ich könnte das erzählen. Ja, denn mal los. Vorher habe ich eine Frage. Was denn? Haben Sie meine Murmeln gesehen? Was? Meine Murmeln. Nein, das... Wir wollen die Leute unterhalten. Was hat denn das jetzt mit Murmeln zu tun? Ich sehe die Murmeln. Die hatte ich verloren. Ja, müssen Sie die suchen. Ja, das ist eine gute Idee. Das werde ich wohl immer machen. Ja, anders sucht die Murmeln. Du wolltest was erzählen? Okay, eigentlich will ich gar nicht gerne an Angela Konten nicht lassen. Kann ich gar nicht auf uns reden, weil ich treu schon drüben. Ich war zu weit machen, weil ich so nicht hin, das ist ein kleines Jahres. Das kann ich immer so. Er hat sogar noch ein Auto gekriegt. Ein großes, großes Auto. War auch egal. Das ist ja. Ein Hauptsache ist auch zu sehr groß. Jetzt ist der Raymond an der Reihe. Er übernimmt den männlichen Teil dieser Show. Deswegen kommt er auch eine männliche Stimme, nicht wahr? Ja. Alles gut? Ja. Die Annette hat was erzählt. Hast du auch was zu sagen? Nee. Gar nichts. Nee, überhaupt nichts. Nee, du bist kein Mann der Worte. Nee, du bist ein Mann der Taten. Auch nicht. Schön, ne? Bist du hier ja quasi die Stimmungskanone im Saal. Ja, ja, da steht der, da geht sie ab, die Luzi. Ich mach mal mit Annette weiter. Annette. Ja, ha, 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 ha. Der Raymond ist jetzt nicht so gesprächig heute. Ganz schön zickig, der Kleine. Hm. Was können wir denn da machen? Keine Ahnung. Kannst du noch was anderes aus dem Entertainment-Bereich? Ja, ha? Ein Lied singen? Ein Lied singen? Ja, ha. Hm, denn mal los? Nee. Wieso? Jetzt sehle ich nicht mehr. Eben wolltest du doch noch. Jetzt nicht mehr. Wieso denn nicht? Ohne neue Mummeln sing ich nicht. Ich habe diese Mummeln aber nicht. Ich paffe diese Mummeln nicht. Raymond vielleicht? Nee, hätt ich gar nicht Fragen gehoffen. Wieso denn nicht? Ohne Annette sing ich nicht. Ja, schön. Singt ihr öfters zusammen? Ja. Was singt ihr denn dann so? Valérie, Valérie. Aber Annette, muss ja lustig sein. Annette, der will auch nicht singen. Ich sag ja, der ist zickig. Hm. Was können wir denn da machen? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn du dir das Lied selber aussuchen darfst? Vielleicht. Und hinterher gehen wir Mummeln suchen? Uiuiui. Welches Liedchen wollen wir denn singen? Ein Mops kam in die Küche. Was? Ein Mops kam in die Küche. Ein Mops kam in die Küche? Ja. Das kennt kein Mensch. In Hanau schon. Achso. Gehst du das Lied? Nee, hätt ich gar nicht Fragen gehoffen. Gut, Annette, vielleicht erst mal ein bisschen einsingen. Raymond auch mal einsingen. Ein Mops kam in die Küche. Das dürfen wir in keinem Hafen machen. Müssen wir Angst haben, dass die Schiffe anhalten. Annette, los geht's. Erste Strophe. Ein Nutz kam in die Küche und stachelte dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch die Kelle und schlug den Nutz zu Brei. Zum großen Finale der beiden Nummer hier und dann habe ich auch noch einen Gast, wird unser Schlager-Do Annette und Raymond. Ihren Schlager-Hit, ein Mops, kam in die Küche, live hier für uns performen. Danach gibt es das Lied auch als Download. Wenn Sie es auf Englisch suchen, suchen Sie nach einem Mops, kam in die Küche und wenn man es auf Chinesisch sucht, sucht man nach einem Mops, kam in die Pfanne. Aber Sie singen es der Verständlichkeit halber auf Deutsch. Bitte nur den Mund öffnen, wenn ich wirklich am Handgelenk drücke und die Annette fängt an. Ein Mops, kam in die Küche. Und stahl den Koch ein Ei. Da nahm der Koch die Kelle. He, ha, he, he, ha, 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 ha. Alles gut? Hat mich an der Murmel verschluckt. Achso! Ja, ha, 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 ha. Den Mund zu 3! Das ist euer Applaus!